Man hat eine dicke Völfrolle gesorgt, man hat gute Hürden. Der Schweisswörbier kommt, ey. Der Schweisswörbier. Die haben ihn gestrüft, ey. Vorher sehen sie auf der Televis. Alle auf der Schweisswörbier. Hier kam ihnen aus. Die schwersten Hürden. Die Schweisswörbier sind ins Gesicht für den Raab. Und darum der Pieter, der freundliche Wörter der Raimund. Der Raimund ist sicher, da bin ich wieder. Oder ist er immer noch bei? Nichts, ja. Raimund ist recht genug. Schwiezen wir hier mal an. Amüseer dich noch. Schicke Päckchen. Prachtige Glühle. Die ganze Familie ist auf dem Schiff. Wenn ihr die sich runter könnt, dann könnt ihr Klabust probieren. Ja. Die hat Patasiekrode. Sie hat im vergangenen Jahr einen Geze-Bee in der Luft noch gehabt. Ja, aber er verschackt. Haben Sie doch nicht den Bier jetzt? Aha, sie kommen direkt. Dann könnt ihr jetzt gucken, was sie dieses Jahr machen. Die Klabust probieren die an das Thema vier stebbelen auf ein Teutdejoot an.